Mathe-Mann Ha 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 ha! Du bist am Ende, Mathe-Mann! Das wage ich zu bezweifeln, Doktor Schädel. Im ganzen letzten Jahr hat man dich gar nicht gesehen. Die Frau an deiner Seite ist mit dem Mathe-Einhorn durchgebrannt. Und schau mal, was einer deiner Mathe-Knaben gemacht hat! Oh nein! Da hat jemand durch X geteilt und verzichtet somit auf eine mögliche Lösung. Eventuell teilt man dadurch sogar durch eine Null. Das ist zu viel! Ich werde ohnmächtig! Miau! Mathe-Mann